Von Julian Fetten Wir wissen es zwar nicht mit Sicherheit, die der Improvisatignons-Krimi-Bubble-Dash vor ziemlich genau einem Jahr erschöpfend beantwortet hat, unerträglich furchtbar, nämlich Und was macht man, wenn man von allen Seiten absolut berechtigte Kritik einsteckt und sogar von höchster ARD-Stelle einen herben Rüffel kassiert? Genau, man dreht einfach noch einen Improvisatignons-Krimi und achtet darauf, bloß nichts besser zu machen, als beim ersten Mal gesagt, wieder netter zueinander zu sein, doch daraus wird natürlich nichts. Braucht an dieser Stelle aber nun wirklich niemanden zu interessieren, genauso gut könnte man versuchen, Sinn und Verstand in ein dadaistisches Gedicht zu bringen. Dafür sind wohl nur zum Teil die Schauspieler verantwortlich, die hier ja ganz ohne Drehbuch auskommen müssen, viel mehr scheinen die Filmemacher versucht zu haben, Die deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eine viersätzige Symphonie einspielen zu lassen, obwohl die armen Musiker nicht mal im Ansatz wissen konnten, was sie da gerade musikalisch untermalen? Aber auch schon egal, denn das, was Improvisationstheater im Besten und schon auf der Bühne so verdammt seltenen Fall auszeichnet, nämlich eine überraschende oder zumindest witzige Dynamik unter den Schauspielern. Sie wird unangenehm ausfallen, stellt euch vor. Wir werden hier das ganze Wochenende veräppelt. E-Show 40 Odental irgendwann im Laufe des Films Die Zuschauer von Waldlust werden zwar nur bis 21.45 Uhr veräppelt, aber selbst das sind immer noch 90 Minuten zu viel Quelle. www.ntv.de 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 Vielen Dank. Vielen Dank.